30, 15 Jeu, Mademoiselle Grabe Premier Jeu, Premier Jeu 20-jährige Texanerin Natto 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 Jeu, Mademoiselle Graf. Jeu, Mademoiselle Graf. Mit dieser Haltung kann man so spielen, wie sie es zurzeit tut. Jeu, Mademoiselle Saint-Laurent. Jeu, Mademoiselle Graf. Die Amerikanerin weiterhin an, die bislang ein erfrischendes Tennis spielt und hier ebenfalls. 15, 40. Jeu, Mademoiselle Graf. Bei eigenem Aufschlag alles klar machen im ersten Satz. Und wie schon im ersten Spiel, da Sie gerade den Namen Wildrud Probst sahen, ich kann Sie darüber informieren, dass Wildrud Probst auch Ihr Zweitrundenmatch gewonnen hat. Klaus, du hast das Spiel gesehen. Ja, es war ziemlich dramatisch zum Schluss. Die Wildrud hat 4-2 geführt. Dann stand es plötzlich 4-5. Der Spiel ist vollbracht. Der Spiel ist vollbracht. Sehr schön. Da hatte sie natürlich die Chance. Sehr schön. Ich wünsche mich auch als weithändig Schlagende, dass die Rückhand sehr schön gewinkelt kommt. Also sie kann gut in die Ecken spielen. Ich wünsche euch die Ecken. Ball neuf. Nota. Vielen Dank. Nur noch zwei Spielbälle für Steffi Graf. Nur noch zwei Spielbälle für Steffi Graf. Ja, das hat sie sehr gut gemacht. Ziemlich unbekannt ist, sie hält zumindest im zweiten Satz sehr gut mit. 15, 0... 40, 0... 20, 0... 0... 30, 40. In diesem Zweitrundenmatch. Da ist er, der Matchball. 6 zu 1, sechste Tor, das Ergebnis.